Du isst gerne, wenn du abgelenkt bist oder gestresst bist, dann solltest du jetzt genau zuhören. Die Lösung vieler Menschen ist, wenn sie gestresst sind, dass sie gerne mal zum Essen greifen. Das kann in Form von Fastfood sein, das kann in Form von Bäcker sein, das kann in Form von Süßigkeiten sein oder auch herzhafte Sachen wie Nüsse oder andere Dinge, die richtig viele Kalorien haben. Die Frage ist allerdings, warum machen wir das? Und der Auslöser hierfür ist Stress. Wenn wir es gemeinsam schaffen, über die nächsten drei bis sechs Monate deinen Stress zu reduzieren und Lösungsansätze zu entwickeln, die in deinen Alltag integrierbar sind, sodass es nicht mehr dazu kommt, dass der Stress dich zum Snacken verurteilt oder verleitet, dann wirst du es schaffen, dauerhaft deine Wohlfühlfigur zu halten, ohne auf alles verzichten zu müssen. Entscheidend ist, dass wir die Ursache bekämpfen und nicht die oberflächlichen Dinge wie zu viel Essen, Süßigkeiten essen, Snacken oder andere Diäten und Diätformen in den Angriff nehmen oder in den Fokus nehmen, sondern dass wir uns um die Ursache kümmern.